Musik Sämtliche Branchen befinden sich in der Transformation, sondern auch das Verlagswesen. Und es ist sehr interessant und toll zu sehen, was der Ebner Verlag diese Herausforderung gemeistert hat und was New Ebner liefert oder leistet. Musik Ja, also ich fand heute es sehr, sehr spannend hier zuzuhören. Man konnte relativ gut als eigener Verlag reflektieren, wo man steht. Der Ebner Verlag ist ja schon sehr, sehr weit, was die Digitalisierung angeht. Insofern hat mich das heute sehr, sehr inspiriert und hat mich gut abgeholt und ich fand es eine hervorragende Geschichte. Musik Eins habe ich vor allem. Also das ist diese Rückbesinnung auf Content, die mir sehr gut gefällt. Und die Rückbesinnung auf die Zielgruppe, dass man sagt, wir müssen die Zielgruppe wirklich ins Auge fassen, uns wirklich jedes Mal fragen, interessiert das unsere Zielgruppe, wird das auch ankommen bei unserer Zielgruppe? Musik 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 Bis zum nächsten Mal.